Ich wechsle in das Tabellenblatt Artikel. Auch hier habe ich einen Datenbestand, der ausgewertet wurde. Dieser Datenbestand liegt im Tabellenblatt davor vor, nämlich im Tabellenblatt Daten. Dort kommen die ganzen Informationen her, die hier unter Artikel ausgewertet wurden. Wenn ich in meine Pivot-Tabelle hineinklicke, sehe ich wieder meine Pivot-Table-Felder und Sie finden natürlich wieder die Register für die Pivot-Table-Tools vor mit Analyse und Entwurf. Ich möchte jetzt hier Folgendes erreichen. Ich möchte dafür sorgen, dass die zugrunde liegende Datenquelle komplett berücksichtigt wird. Was heißt das? Diese Pivot-Tabelle wurde zwar erstellt, aber in der Zwischenzeit wurden im zugrunde liegenden Tabellenblatt weitere Datensätze hinzugefügt, die jetzt allerdings aber nicht berücksichtigt werden und das möchte ich ändern. Dazu sollte ich irgendeine Zelle der Pivot-Tabelle angeklickt haben und im Register Analyse der Pivot-Table-Tools finde ich eine Schaltfläche Datenquelle ändern. Ich klicke hier auf dieses Symbol drauf. Sobald ich auf Datenquelle ändern draufgeklickt habe, wechselt der Computer zum zugrunde liegenden Datenbestand, also in das passende Tabellenblatt und zeigt mir hier an, welcher Zellbereich verwendet wird, also von A1 bis Julius 1500. Wenn ich jetzt mit der Bildlaufleiste nach unten gefahren bin, sehe ich jetzt, wo dieser Zellbereich endet. Das heißt, der Computer würde jetzt eben nur bis zur Zeile 1500 den Zellbereich berücksichtigen, darunter sind aber weitere Datensätze dazugekommen. Wie weit geht der Datenbestand jetzt? Der geht hinunter bis zur Zeile 2001. Damit der Computer jetzt alle Daten berücksichtigt, kann ich sie entweder komplett markieren oder ich ändere hier den Datenzellbezug und zwar auf 2001. Ich bestätige das Ganze mit OK und jetzt haben sich auch die Werte geändert und ich habe jetzt den Vorteil, dass wirklich alle Daten aus meinem Tabellenblatt Daten berücksichtigt werden. Also somit kann ich über Datenquelle ändern, den Zellbereich auf den neuesten Stand bringen. Ich möchte hier noch eine zweite Aktion durchführen und zwar habe ich jetzt in meinem Zeilenbereich die Artikelnummern und es sind ja doch recht viele Artikelnummern, wie Sie hier sehen können und ich möchte diese Artikelnummern in Gruppen zusammenfassen. Und zwar möchte ich hier Zehnerschritte einrichten. Dementsprechend klicke ich irgendeine von diesen Artikelnummern in meiner Pivot-Tabelle an, welche spielt keine Rolle. Zum einen kann ich über die rechte Maustaste den Befehl Gruppieren aufrufen. Sie können aber genauso in den Pivot-Table-Tools im Register Analyse Auswahl Gruppieren anklicken. Es erscheint genau das gleiche Dialogfenster, nämlich ein Dialogfenster für die Gruppierung. Der Computer zeigt mir an, wo begonnen wird, nämlich mit dem Wert 200 und wo das Ende dieser Datenreihe ist, nämlich bei 299 und ich kann darunter angeben, welche Gruppengröße ich haben möchte. In diesem Fall passt das zufälligerweise, nämlich in Zehnerschritten möchte ich das Ganze darstellen und wenn ich jetzt mit OK bestätige, dann sehen Sie, bekomme ich hier auch meine Zehnergruppen von 2, 0, 0 bis 2, 0, 9 und so weiter und so fort. Ich kann jederzeit natürlich erneut auf Auswahlgruppieren gehen und könnte jetzt eine andere Schrittweite angeben, zum Beispiel 5, dann hätte ich hier eine Frümpfergruppenschrittweite. Also das ist jederzeit anpassbar, wie Sie es halt haben möchten. Ich wechsle noch zum letzten Tabellenblatt. Ich klicke auch hier in diese Pivot-Tabelle hinein, möchte auch hier eine Gruppierung durchführen und zwar sehen Sie hier im Bereich der Zeilen das Bestelldatum und dieses Bestelldatum soll gruppiert werden und zwar nach Monaten und Quartal. Also klicke ich mit der rechten Maustaste auf ein Datum drauf, wähle Gruppieren aus oder in den Pivot-Table-Tools-Register-Analyse kann ich genauso Auswahlgruppieren auswählen. Hier habe ich jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten und ich möchte sowohl nach den Monaten als auch nach den Quartalen gruppieren. Also wenn ich ein weiteres Feld anklicke, werden jetzt mehrere Felder markiert. Ich bestätige das Ganze mit OK und somit bekommen Sie hier die angepasste Auswertung. Was ist, wenn sich jetzt im zugrunde liegenden Datenbestand irgendwelche Werte ändern? Was mache ich dann? Der zugrunde liegende Datenbestand ist hier im Tabellenblatt Bestand zu finden und ich möchte jetzt hier einen Zahlenwert ändern. Laut Aufgabenstellung vom ersten Datensatz soll der Wert von 16 auf 200 geändert werden. Also es geht hier um den Gesamtpreis, der lautet 16 und ich möchte das auf 200 ändern und bestätige die Eingabe. Wenn ich jetzt zum Register Analyse zurückwechsle, hat sich aktuell noch nichts verändert. Der Computer weiß noch nicht, dass er das automatisch aktualisieren soll. Dementsprechend wechsle ich zu den Pivot-Table-Tools, nämlich zum Register Analyse und wenn Sie eine Aktualisierung durchführen möchten, dann gibt es hier das Symbol Aktualisieren und Sie sehen, es gibt auch eine Tastenkombination, nämlich Alt F5. Beobachten Sie jetzt einmal das Gesamtergebnis ganz rechts unten in meiner Pivot-Tabelle. Wenn ich auf Aktualisieren klicke, ändert sich der Wert auf 43.233,6. Wenn ich nochmals zurückspringe, das war vor der Aktualisierung, also der Computer hat wirklich den Wert auf den neuesten Stand gebracht. Sollte sich also im Datenbestand was ändern, dann bitte grundsätzlich aktualisieren, damit er wirklich auch die neuen Werte berücksichtigt.